Lass mich weg! Du sagst, lass mich weg! Sie hat mehr Probleme, als sie war, du weißt. Ja, genau. Hallo und willkommen zurück hier bei 4-3. Die letzte Folge ist leider etwas kürzer geworden, da ich nach der Sterberunde eine kleine Pause gebraucht habe. Alle Konsequenzen sind angekündigt. Wir haben erhöhte Konsequenzen und Aktivität in deinem Bereich. Schau für die Schrauben! Feuerwerk! Was haben wir hier so schönes? Na, dann gehen wir mal hier lang. Was für das? Hier schmeißt einer mit Stein. Och, der ruht sich aus. Ich war das nicht. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Mann. Oh, Mann. Das scheint wohl hier modern zu sein. Lass mich rein. Lass mich rein. Und noch mehr Kunst. Was hat der denn da? Bist du Freund oder Feind? Wie unhöflich. Wie unhöflich. Genau, beachtet mich mal nicht. Ich bin ganz lieb. Genau, beachtet mich mal nicht. Ich bin ganz lieb. Nee, lass dich mal leben. Ist hier noch was? Nee. Was macht der denn hier für ne Party? Wo schießt er denn? Was war das? Was war denn nun los? Dann störe ich jetzt mal eure Party. Ist er da oben diesmal gar nicht da? Was war das denn? Das haben die vorhin aber noch nicht gemacht. Wann lassen ich vorhin noch ein paar Leute mehr? Dann gehen wir erstmal hier oben hin. Schnell verstecken. Und mal bekommt das Ei weggeschossen. Scharfschütze! Oh, da war ja noch einer. Komm, zeig dich schon. Ach man, warum trifft er denn so gut? Na super. Komm. Ah, lass die Wand los. Die Wand los. Keine Munition. Keine Munition. Blarrient noch Munition. Und hier vorne aber auch noch was. Nehmen wir die beiden mal mit. Ich hoffe mal nicht, dass wir in das Gebäude müssen. Ich hoffe mal, dass wir in das Gebäude müssen. Danke für Ihre Unterstützung. Remember, Armacab ist hier zu helfen. Ach so? Ich denke, es ist ziemlich gut. Joa Woher kennt er jetzt die Zahlen? Und da ist schon mehr Kunst an der Wand Und hier ist wohl die Essensausgabe Da pennt einer Namm, 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 namm Oh, grün Da hat wohl einer Spaß Löcher zu buddeln Kommt da nicht hoch Oh, grün Ähm Mist Ich wollt gar nicht da runter Kommt da runter In other words Hold your ground Or die Und ab Weg Auf Ja Ja Und Salto, bis 3 Punkte. Aua. Aua. Das war's. Jetzt werden die anderen nicht schon nervig genug Das habe ich jetzt mal überhört Nur Munition wäre nicht schlecht Aber da liegt ja zum Glück was Das war's für mich Nimm ich lieber das mit Ah, da liegt auch noch was Ups Was? 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 Wo muss ich denn hin? Achso, hier über das Auto Ja, mach dir das mal Watt? Ich hab euch nichts getan Wie unhöflich Wo war der denn jetzt? Dann komm her Wer will noch mal, wer hat noch nicht Boah, die schießen so gut Na super Wollt Boah der gut getroffen Scharfschutz Übel Da hinten sitzt der Fall schon um Geht doch Ah macht das Keimbo Hm Haben wir denn da Öh Ja ja Immer viel Schokolade und viel Süßigkeiten Essen dann sieht das genau sehr aus Wenn man nicht regelmäßig putzt Ne dann will ich lieber die Knabe Was Bist du denn? Oh Spielzeug Aber das nehmen wir diesmal nicht mit Da gibt es so viele Waffen das ist doch schon ja ein schlechtes Zeichen Error code 34 Rebooting door system Zero percent to thirty percent complete Standby Never as simple as you'd like Is it? Ja Das war doch mal ne schlechte Runde No 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 No